Ich bin überzeugt, dass intensives Kammermusikspielen die Musikerin oder den Musiker besser macht. In welcher Beziehung zu den anderen Stimmen stehe ich? Wie ist das Stück gebaut? Man kann mehr Schichten eigentlich freilegen von dieser Partitur. Etwas Neues zu erfahren, nicht nur über die Musik, sondern auch über sich, auch über die Kollegen. Das ist unheimlich spannend. Man muss sich öffnen nach innen und nach außen und man bildet mit anderen zusammen ein neues Instrument.